Da ist Kube-Siede. Da ist Güttevie. Ähm, Kalli, äh, was laber ich? Kube-Siede? Wo war, äh, Alex, woher? Du weißt, wo Jan dein Haus ist? Siehst du dieses... Boah, ich hab dich umarmt. Du hast mich umarmt, okay, warte mal. Nee, von Jans Haus, da hinten bei den Bäumen. Alter, Kalle, warte mal kurz. Ach, wer hat da einen Redstone-Penis vor mein Haus gebaut? Ich nicht. Kalle, willst du, ähm, willst du hier so richtig was Geiles in den Arsch geschoben kriegen? Ich hab hier meinen Stick, meinen Eisen-Stick dabei. Oh, Alter. Ähm, Nico? Der hat sogar Federn an der anderen Seite, weil es voll geil ist. Oh, ja, oh. Ah, 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 ah. Kriegst du überhaupt Damage? Nee. Lol. Alex, wo bist du? Ich will dir auch mal meinen Eisen, meinen Eisen, äh, meinen Eisen-Dilloy in den Hintern schieben. Kubi, Kubi, Kubi? Das wird dir das Klo, ja. Kubi, friss. Ich schieb's dir in den Hintern, komm. Oh, ja. Du bist ins Klo gefallen, du Noob, ich auch. Äh. Wo geht's da auch? Leute, komm mal her! Komm mal, machen wir uns hier ein... Alter? What the fuck? Da war ich auch grad, da war ich auch grad für Kubi. Das ist gerade hier unsere Überlebenssituation, dann werden sie sonst gestorben. Lass mich mal machen, bitte. Lass mich mal machen, bitte. Schill mal. Woll ich nix kaputt, du Lappen? Ach, ich wollt's doch wieder zubauen. Dein Klo? Bitte. Boah, jetzt unten alles zu. Alex, wo bist du jetzt? Ich will hier jetzt Verantwortung sehen, dass du hier so... Wo? Ich lass mal Minecraft wieder zum Laufen bringen und sie... Weiß der wo ein Schaden sein Haus ist. Kalle, Kalle, guck's dir mal an. Was ist denn das mit dem Drecksding da hinten? Da, straight da hinten. Was ist denn das für ein Drecksteil? Wo? Da, granz grad aus. Hä? Bist du blind? Hier oder da hinten? Wenn du hier grad... Genau hier grad ausguckst. Da ist so ein komisches Gebilde. Wo? Aus Glas und Scheiße. Ach, so mit dem Holz oben drauf? Ja, irgendwie sowas. Das ist die Berge aus Alters Haus. Ach das? Mit Glas? Alter, mit was kommst denn du jetzt an? Ja, das was da... Von der Brücke ganz gerade aus da... Ja, das ist die Berge aus Alters Haus. Okay, das sah mal voll geil aus. Ich frag mich, wie lange Nico nicht von seinem Haus weg war. Ja, gell? Das war... Alter! Ich hab das mal nie gesehen. Das war der Mega-Beef damals. Ja, den... Ja, da war ich schon... Das ist das Haus, das abgefackelt ist. Ach so. Boah. Ja gut, Alex, wie lange brauchst du noch? Ernsthaft, dein PC stinkt ja mal mega mäßig. Das ist ja... Deswegen gibt's auch ne kleine Ankündigung für dich jetzt auch. Auch Leder. Ich nimm Minecraft Season nicht mehr auf. Warum das denn? Weil mir schon wieder Partys verloren gegangen sind. Wieso wünschst du den Open Broadcaster ernsthaft? Er ist scheiße. Das wird mir bei Fraps auch passieren. Ach was? Fraps speichert die Scheiße, wenn dein PC absperrt. Fraps speichert. Fraps speichert nämlich direkt. Nein, ich auch nicht. Direkt. Direkt Uli Vassos. Ich geh jetzt auch mal zu Can. Hi Can. Hi. Also du hörst grad, Mucke ist voll asozial, was du machst. Find ich nicht gut. Also egal, ich nehm es trotzdem auf jeden Fall Minecraft Season nicht mehr auf. Ich geh kurz ein bisschen ohne Winter. Boah, Kubi jetzt ernsthaft, mach keinen Stress. So. Ich guck jetzt hier in die Ferne. Melancholisch. Ja, kommst du jetzt mal wieder online? Bin ich doch schon längst. Ach, da bist du wieder. Wo bist du? Wo stehst du? Ach stimmt. Verdammt. Ich muss mir noch ne Package zuhlen. Verdammt. Irgendwas ist da schief gelaufen. Alex, wo pisst du? Wo pisst du, Alter? Wer ist Schmatzer? Schmatzer, sein Pferd, ist grad aus der Wohnung raus, glaube ich. Ich schieb's grad wieder rein. Ich bin Schmatzer. Okay, dein Pferd ist jetzt wieder in der Wohnung drin. Eingesperrt, so wie es sein soll. Es gibt immer einen Schmatzer für den, der durch die Tür läuft. Deswegen. Platzer Del Cubi. Platzer. Platzer Del Cubi. Alex, wo bist denn du jetzt? Such mich. Boah, Alter. Sag mir einfach, wo du bist. Ernsthaft. Nein, das ist ja blöd. Wie gesagt, morgen auf meinen Kanal, ne? Alex. Willst du so ein Ding vorbeischauen. Boah, Alter. Was ist denn das für ne Pyramide, oder? Was soll denn das darstellen? Eine Pyramide hab ich gebaut. Du weißt, wo die Pyramide ist? Geh mal schräg das ganze Inselchen lang. Schräg. Findest du die schön oder nicht? Nö. Ich lauf dem Spacken, Mann. Dankeschön. Bist du der Erste, der das sagt, dass die nicht schön ist? Achso, ne. Ich meinte Alex gerade. Achso. Eine Pyramide finde ich aber auch nicht schön. Einfach mal no. Einfach mal no. So, ich hab jetzt einen Power-3-Bogen. Boah, du bist so stark. Verdammt. Das meinte ich sogar nicht mal doppeldeutig. Du bist so stark. Du musst keiner wieder lachen. Voll scheiße von ihm. Sei nicht so asozial. Boah, wo bist denn du jetzt Nico? Oder läufst du wieder gegen die Wand? Ich bin auf der Brücke. Alter, ich fand den nicht mal lustig. Ich hab den schon tausendmal gehört. Ne, ich auch nicht. Verdammt, der ist 3. Du hast doch die Version mit inbegriffen. Boah. Mann, wo bist du denn jetzt Nico? Oder läufst du schon wieder gegen die Wand? Ich mach das zwar oft, aber man muss jetzt nicht drauf rumhacken. Alex? Boah, willst du mich verarschen? Was? Ich hab eben die Truhe gelegt. Wie viel Schaden hab ich dir gemacht? Ich hab eben die Truhe gelegt und sie ist einfach verschwunden. Warte mal kurz. Nico? Ich bin hier so lang gegangen, Alter. Ich bin hier so schräg lang gegangen. Du hättest meinen Namen schräg sehen können. Alter, die Truhe ist halt anders gekommen aus meinem Inventar verschwunden. Nico, kannst du mir ganz kurz deine Pickaxe geben? Mal kurz die Pickaxe. Ja, ich muss das Ding noch abbauen. Warte mal. So! Alex, Can? Ah ne, warte mal. Hat ein bisschen länger dauert. Warte mal kurz. Wir haben noch ne Wurst. Hast du keinen Götterschiss? Was machst du da? Alex, was machst du da? Ein Götterschiss? Wolltest du abbauen mit der Dia-Ficke? Soll ich dir erklären, was ein Götterschiss ist? Warte mal, Can. Was willst du nochmal machen? Ja, ich will Dia's abbauen. Okay. Ich wollte sie nicht mit meiner Dia-Picke abbauen. Ja, warte, 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 warte. Ich hab ein Schärfe 17 spät. Hä? Geil. Oder irgendwie sowas. Schärfe 17. Ich hab Effizienz 1 im Pickel. Meiner ist Effizienz 2, du Mondo. Okay, das ist jetzt Zillklatsch. Ja, wenn ihr mir ein Ender-Auge gebt, könnte ich euch die Truhe auch gerne da lassen. Hey Niko, komm mal her, komm mal her. Das ist Obsidian-Farm. Wir haben keine Auge. Das ist das Außensichtbau. Der Obsidian? Ja. Ja, dann gib mir mal... Wollt ihr überhaupt eine Endertruhe haben? Ja. Ja, gerne. Ja, gut, was zahlt ihr mir dafür? Warte. Nichts. Wir haben... Liebe. Äh, Alex wo? Hier hinten. Ach da hinten. Das komische Ding mit, ähm... Lapis... Lapislazuli. Ja. Lapis. Ich frag mal lieber vorher. Ähm, sind euch die Bäume wichtig? Ja. Ja. Okay. Das ist anderes Holz. Und der Stein, darf ich den abbrennen? Ja. Okay, weil ich tausche dann jeden einzelnen Block Stein durch, ähm, Dings ab. Und, ähm... Aus. Und, äh, und mach da Neverack hin und mach das an. Ich hab... Du machst Hausfindensbruch, wenn du mich jetzt killst. Du wohnst nicht hier, du wohnst bei mir da hinten. Das ist aber mein Haus, das hab ich gebaut. Ich schieb dir mein, mein, mein... FLUCHT INS WASSER! War jetzt irgendwie nicht so der Burner. Nee, irgendwie nicht. Alex? Brauch mega viel Glas auf jeden Fall. Wir haben doch genug Sand. Cola haben wir auch genug. Ja. I can see you. Aber wundert euch nicht, wenn hier halt... Okay. Ja gut, also was, was bietet ihr mir für die Endertruhe? Die Liebe. Immer noch. Ich will auf jeden Fall Obsidian haben, damit, äh... Ich könnt ihr auch einen Sack einfach. Einen Sacken? Ja, ich würde... Komm mir machen evil, meinst. Ja, da will ich aber, da will ich auch mehr als vorher, weil das ist richtig eklig. Komm mit hoch. Komm mit bei mir hoch. Äh, zu mir hoch, mein ich. Ähm, Nego, ich komm jetzt wieder, ne? Ja. Ich bin jetzt oben. Ja, ja. Ich meine wegen der, äh, wegen der Dias. Komm her, komm her. Achso. Okay, warte kurz. Wo bist denn du? Ja. Ich komm jetzt. Äh, warte, warte, warte. Was bietet ihr mir denn für die Ender-Chests jetzt? Ja. Wie gesagt. Wir machen gleich voll geil lieb. Ja, ne, dann lass ich die nicht hier. Äh, Gianni, wo bist du? Äh, komm wieder nach oben. Komm, komm in, äh, Kallis Haus. Dego weiß voll nicht, was er verpasst. Äh, Kalli in deinem Haus ist ein Creeper. Ja. Ja, lass doch den Creeper Creeper sein. Okay. Gianni, ich bin in deinem Haus. Nein, er soll in Kallis, äh, du sollst in Kallis Haus kommen. Aber in Kallis Haus ist ein Creeper. Ja, dann töte ihn doch einfach. Ich komm in Kallis Haus. Ah, Creeper sind böse. Ich hab ne, ne Dings gefunden. Hast du den armen Creeper geschlagen? Passt doch mal auf, ey, ernsthaft. Zu Kallis Haus oben, oder wie? Ja. Warum oben? Ich bin hier. Nein, nicht oben. Oh. Bist du denn behindert? Sag, ich sag doch oben und du, ja, ja. Und dann, ja, ich dachte. Und dann, und dann kam wieder sowas abwertendes. Okay, äh, Niko, hast du deine, hast du deine Axt dabei, deine Efficiency? Nicht Efficiency, sondern wie heißt das nochmal? Glück. Kannst du mir grad die andere zurückgeben. Achso. Lack. Die Lackspitze. Darf ich, äh, darf ich abbauen? Nope. Haben übrigens immer noch ein Dings gefunden. Mutsamkeit. Glück. Die Fresse. Willst du XP haben? Ja. Wie heißt es, nen Dorf, hab ich gefunden. Efficiency. Echt? No. So, dann der schöne Pimmel dran. So, ich geh wieder. Haben wir irgendwo noch nen Hebel? Goldene Pferderüstung. Gold. Keine Angst, ich steh schon weit genug weg. Achso, wegen XP. Auch keine Dia, hast du ernsthaft? TNT nehm ich aber noch gerne mit. 27. Alles klar. Was ist ein Viertel von 27? 3. 30, na, ähm. Einfach mal 8 TNT gesnackt. Mach mal 7. Warum teilst du sie einfach in 2 und dann nochmal? Ja, warum bist du so dumm? Ja, 7. Ne, 6. Krieg 6. Ja, wie nicht. 6? Alles klar. Ja. Ih, 6. Hast du schon gesehen, wie ich mich hingestellt habe, oder? Ja. Ih, Mädchen. Also, wenn ihr mir, wenn ihr mir 10 Obsidianen gibt, dann lasse ich die Truhe hier stehen. Okay, mein Wert ist jetzt. 10 Obsidian. Obsidian. Ja? Warte mal. Wo, 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 wo haben wir denn unser Obsidian? Wenn, warum denn 10 Obsidian? Ja, keine Ahnung, wenn neun uncool ist. Ja, wir haben aber nur 7. Ja, hat du noch 3? Nein, ich bin so inkompetent. Geh nicht noch 3 irgendwo. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wer hat sich jetzt eigentlich noch ne Diarosie gemacht von uns? Ich. Ach so, und ich. Ja auch. Und weg, De. Einfach nur, einfach mal weg, De. Ja. Oh, ich hasse diese Werbung, die ist so behindert. Du bist behindert, ey. Echt mal. Ich mach die Werbung nicht. Ja, John, wie viel, wie viel hast du nochmal? 7 Obsidian. 7. Ja, komm, läuft. Okay. Dann stell dich dir mal in dein, dein Zimmer rein, da. Ja, mein Hafen, die Bilderhause ist nicht schlecht. Warte, stell sie einfach. Warte, 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 warte. Hier so schön zum Fischen. Ich würd die halt nicht abbauen, wa? So grad so hier in die Mitte. Ich würd die hier hinstellen, ja, hier vor. Hier grad so, da wo ich hier stehe? Ja. Sieht schön aus, oder? Ja. Bettet sich perfekt ein. Jetzt kann man nicht mehr so schön rausgucken. Hat jemand noch ein bisschen nähter Quarz? Nee, musst du nähter gehen. Also wirf mir die Scheiße zu. Ach so, hast du schon. Ah, ich hab den doch schon. Ah, wobei, ich glaub eins haben wir noch in der Kiste, das würde sogar reichen. Oh. John? Was denn? Ah, wo hast du ein Crafting-Table? Ah, hier. Ich craft mir grad ein neues. Ian. Ich habe einfach mal aus, äh... Hab wieder nen Ender-Chest. Ja, hier ist noch eins! Wo ist, äh, wo ist euer Truhe? Was? Wo ist euer Truhe? Wo ist euer Never-Ding? Never-Portal? Das musst du suchen. Nicht verraten. Nicht verraten. Sogar ich hab's finden müssen. Nicht verraten. Alex müssen das. Boah, Alex, du bist in meinem Team, ey, ernsthaft. Du wirst das nicht finden. Warte, Niko. Niko. Das ist nirgendswo im Haus, das verspreche ich dir. Ich bin grad durchgegangen, ne? Also wärst du, wärst du cool hättest, du es jetzt bemerkt. Das sieht man nur aus bestimmten Winkeln. Übrigens die geniale Idee, was immer Portal hatte ich natürlich. Du brauchst eine andere Perspektive. So genial ist das auch nicht. Doch, ich find's mega genial. Weil man's einfach wackelig nicht findet. Ich bin einfach hungern, ich brauch was zu essen. Ich schnapp mir mal ein paar Karotten und pflanz die hier ein. Ist geil, oder? Ist echt nice. Kalle, Kussi? Ich wurde einfach nur übelst geflasht, Sherry. Ich sag's dir. Wieso denn? Ich war noch nie so beeindruckt von dem Mudpack. Erzähl doch mal was. Wolltest du da morgen erzählen? Ich will nicht spoilern. Das ist doch kein Spoiler. Das wäre dann Eigenwerbung. Was willst du von RTL, ey? Guckt einfach morgen und guck das. Ne, ich gucke aber. Alex, ich klau mir mal ein paar Sachen aus deiner Truhe, okay? Ah, dann noch ein Dorf. Nein, ohne Verlaubnis. Nein. Darf ich trotzdem? Lil. Nein. Lil. Was willst du dir holen? Keine Ahnung. Ich hätte vielleicht ein paar Steine oder so genommen. Alex, wie viel zähl ich dir? 7. 1. N音 Haiti War's schön, dass du immer alle mitmach? Shut. Lil. Was ist da? Das ist 진짜 extrem schnell wie, wieder heim zu kommen. Hat's halt echt ne? Hast du es total gefunden, Alex? Jaa. Jaa. Alex hätte das schon vorher gefunden. Hä、 ist mein montage. Ja, ich hab's auch gefühlt. Danke, John. Danke, John. Immer verbanenlos. Danke, John. Mit wem, John? Ja, John. Verbannt ihn. Mag der nicht. Ich auch nicht. Mach da? Ja, John? Hm? Pfff... So, gleich geh' ich pinkel, dann geh' ich bloß afg... 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 sau leise, John. Naja, halt die Fresse. Oh, ne, jetzt komm ich ja wieder bei Nego raus. Das ist alles nur wegen nem Scheiß-Wett. Wegen nem was? Hi, Kubi. Hallo. Hi, Kubi. Hi. Ich wollt, äh... Trollen. Trollen. Trollen, diese Verzauung. Musst ihr mal meine Brücke anschauen, wie weit jetzt schon geht's in der Krawalle? Ach so, Leute, ich geh kurz pissen ein bisschen gleich.